Hallo liebe Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie das mit den Kleinspenden funktioniert und wie ihr damit im Kleinshop einkaufen könnt. Damit man im Kleinshop einkaufen kann, muss man nämlich zuerst spenden. Hierzu gehen wir unten rechts auf Klan, fahren da zu der Kleinspende, hier mit dem Ausrufezeichen, draufdrücken, wir haben jetzt hier ein Grundstück, welches wir aufleveln wollen, bietet zum einen den Vorteil, dass das Bauen dann beschleunigt wird um ein halbes Prozent, kostet jetzt hier 3000 Bargeld und dafür erhalten wir 200 Clan-Ehre, drücken jetzt mal darauf und immer darauf achten, wenn möglich unten links oder unten rechts, wenn dort auch für Bargeldbezug gespendet werden kann. Das ist am besten. Für Gold bin ich immer kritisch, weil Gold ist eine sehr wertvolle Ressource, jetzt können wir wieder unten links. Das gibt gleich viel mehr, man sieht einmal unten links draufdrücken, kostet uns gleich viel, bringt aber anstatt 200 Clan-Ehre, dann 1000 Clan-Ehre und die wollen wir, denn damit können wir dann im Kleinshop einkaufen. So, 4 Stunden, jetzt haben wir das Maximum erreicht. Jetzt müssen wir wieder 4 Stunden, 11 Minuten warten. Jetzt gehen wir zurück und zum Kleinshop. Ich habe jetzt hier oben die Clan-Ehre, 11.654 und Clan-Punkte, das ist etwas anderes, die brauchen wir, um da unsere Dinge in den Clan-Shop zu stellen. Jetzt mit 11.000 könnte ich zum Beispiel 5 Minuten Beschleunigung kaufen für 3.000. 11.000 ist noch nicht so viel, ich könnte da 4.000 Chips kaufen, oder Produktionsbeschleunigung, Güterproduktion erhöhen, Munitionproduktion erhöhen. Der Waffenstillstand 8 Stunden kostet beispielsweise 100.000. oder 8 Stunden Beschleunigung bekommt man für 190.000. Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht mit dem Kauf. Ich drücke da mal auf 5 Minuten Beschleunigung, einmal kaufen für 3.000 Clan-Ehre. Und jetzt habe ich da oben nur noch 8.654. Ich könnte auch einen Port-Schlüssel kaufen für 400.000, wenn ich genug hätte. Aber dazu muss man eben spenden. Und die Clanspende kann man auch dazu verwenden, um im Clanspital, wenn man so etwas hat, die Verletzten zu heilen. Hier im Clanspital, ganz rechts, da könnte ich jetzt 137 Scharschützinnen heilen. Kostet mich dann genau 8.031 Clan-Ehre. Wir heilen jetzt diese 137 Mal. Dauert 3 Minuten 50. Wenn dir das Video gefallen hat, drück auf Gefällt mir und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren.